Moin! Willkommen in Hamburg-Tonndorf, an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck. Im März 2023 waren hier zwei Wochen lang wieder die dänischen IC3, Baureihe MF, zu sehen. Vom 4. bis 18. März war die Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Dammtor wegen Brückenbauarbeiten geschlossen. Normalerweise fahren die Züge über Elmshorn, Neumünster und Flensburg nach Dänemark. Während der Bauarbeiten wurden sie über Bad Oldesloe und Bad Segeberg nach Neumünster umgeleitet. In diesem Video seht ihr die IC3 an verschiedenen Standorten, hier zum Beispiel gleich beim Bahnübergang am Pulverhof. Daneben zeige ich auch verschiedene andere Züge. Viel Spaß beim Ansehen! Heimounder Was Scorpion Was Du Hal Daneben Öl nominations Sollte Sollte Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020